ja halli halli lieben wir sind wieder da in old world wohnen ich mache noch ganz kurz was dann schauen wir mal der sound auch ordentlich geht ja er geht also dann gehen wir los wir waren bei unserer übungsszenario der brainy ist heute wieder beim tischtennis soweit mir bekannt ist daher ist er erst später da und wir machen weiter hier bei unserem übungsspiel problem aus okay zack also bei tutorial 5 sind wir so ich bin bereit wieder mal griechenland zu führen dann lasst euch das gesetz baut eine feste und bildet einen hoppliten okay so dann schauen wir erst mal nächste einheit arbeiter sind noch nicht automatisch daher schauen wir mal hierhin von den freien nächste einheit hier wie ein arbeiter der darf mal den weiter bauen der darf auch hier einen weiler bauen so wir haben null aktionspunkte und beenden dadurch unseren zug ich werde zwei weitere kaserne richten insgesamt fünf davon zu besitzen so wir können jetzt trotzdem nur das ja ach so wir können ja nichts machen doch 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 wir können auf jeden fall weit machen wir haben hier nämlich unsere menschen und dann machen wir hier wie einflussen und beenden dann das jahr so ich werde die lande der römer erkunden und ihre armee finden erkundet die lande ok wir sind jetzt mal mit unseren bauern wieder unterwegs könnten hier das orakel bauen kostet da 400 steine eine garnisierung können wir hier bauen das machen wir auch oder was gibt es hier noch eine kaserne wir würdet hier noch geben den gärtner machen erstmal tatsächlich die kaserne den kundschafter schicken wir los ne man kann wir automatisieren super das ist schon freie schalten dann müssen wir nicht noch zusätzlich irgendwie irgendwas machen das freut mich wirklich sehr weil ich liebe ja wenn das automatisiert abläuft so wir klicken wieder auf unsere gemahlin und machen hier die inter wenn johon so ja beenden so jetzt sind wir wieder hier 17 züge einkerkern abschließend eins warum sollten wir denn unsere frau einkerkern wollen schalten schaltet mission frei aus dem gefängnis frei wir machen das einfach mal wenn das ja mal gucken was passiert rednerin intervenieren achso kundschafterin entdeckt sie wissen nachdem euer kundschafter entdeckt hat griechenland warum ich will es au so 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 okay dann hat damit verkackt also den müssen wir nochmal neu laden nochmal neu starten machen wir aber auch natürlich ein bisschen nervig die mission aber dann würde ich sagen lassen wir einfach mal den w h stehen so klicken wir uns hier nochmal kurz durch so so wo wir hier auch eigentlich erstmal auf die tausend warten können kennt euch unter den guten kassierern ok kassier ich habe in die team ich werde erkunden ich werde erkunden dann laufen wir erstmal hier manuell mit den arbeiter angeklickt rückgängig rückgängig weil den wollten wir natürlich jetzt hier nicht bewegen wir spielen wir spielen erstmal hier hin und dann ja beenden und ja beenden so ich werde ich werde meine eigenen geschichten schreiben wie möglich müsst ihr einen streit zwischen zwei familien entscheiden oder ihr müsst sagen okay so du kannst hier einen weiler bauen du kannst in der kaserne bauen du darfst auch eine kaserne bauen das wird unsere haupteinheit dann machen wir jetzt den hier hinzufügen so dann ist das unsere haupteinheit der schleuderer hier laufen wir weiter rum produktion automatisch wir haben 1000 jetzt können wir hier erstmal ein bisschen rumeiern die erinnerung für die entscheidung die ich treffen kann so hier kann man erst mal die ausdrückte zeichen statthalter dann nehmen wir dich hier noch Botschafter ist untätig ... ... ... ... ... ... ... ... dich machen wir mal besser dann machen wir hier noch die gemahlen ... 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 google ... ... Jetzt verstehe ich den. Wenn der das eigentlich ganz gut. Glückgängig. Also damit dann ist vorbei. Wenn ich das jetzt klicke. Dann muss ich das zurück machen. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 18 Jahre alt. Jetzt ist es etwas weiter Almat. Aber das fehlt jetzt alles nicht, ne, weil so ein Kundschafter wurde ja entdeckt. Oh Gott, dann lass uns mal den Quicksal, ich lad das mal, den hier laden wir jetzt hier, da müssen wir vielleicht nicht alles neu anklicken, so, jetzt wird ja beenden, machen, da wurde wieder mein Kundschafter entdeckt, okay, warte mal, x, 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 egal, ja, x, open, spiel, laden, auto, laden wir den nochmal, ne, mal gucken, ob ich nochmal rückgängig machen kann, den Zug mit meinem Kundschafter. So, und du bleibst jetzt hier einfach stehen im Wald, da kannst du meinetwegen glaube ich vielleicht so ja noch hier hinlaufen, weil wenn du natürlich hier, äh, nicht hier sehen werden kannst, das hat uns ja, haben uns ja hier unsere Community, hat uns das ja geraten, dass wir das so machen können, dann werden wir nicht entdeckt. Und dann hoffen wir einfach, das war hier, ja, du kannst ja jetzt hier nicht noch überlatschen, da fehlen da die, äh, Zugpunkte. So, und jetzt machen wir hier nochmal, Intervention, und dann Ja beenden. Ich stelle auch, wenn das jemand an eurem Hofmannsum mit Rom ausgetauscht hat. So, und da auf der Flucht, so, du machst jetzt hier erstmal, bauen. Nächste Einheit, dich befördern wir noch, mit Deckung. Nächste Einheit, du bleibst mal, ne, du kannst ja mal auch hier hinrufen. Und hier bist du auch nicht zu sehen. So. Wäre nur das Jahr zu beenden. Gefangenen, fuck. Nee, machen wir nicht. Nächste Einheit, dich befördern wir noch, mit dem hier. Also, dann machen wir hier auch befördern, nämlich, So, ja, du bleibst jetzt hier einfach stehen. Nächste Aussetzen, Produktion, machen wir automatisiert. Dann kann man hier alles möglich, ist untätig, Ratsmitglied. Zack. Dann machen wir das Jahr, beenden. Nein, aber, die Bedingungen sind nicht günstig rum, ist wütend. Ja, dann machen wir hier zwei Züge. Also, Wissen, äh... Machen wir nicht. Wissen will ich nicht verlieren. Auf keinen Fall. So, hier kann ich ein Theater bauen. Ja. Zack. Nächste Einheit. Du kannst hier eine Garnision bauen. Oder auch ein Theater. Dann bin ich aber für die, äh, Garnision. Nächste Runde. Und du kannst hier einen Stein bauen, unbedingt. Äh, ja. Die sind hier. Ich will hier nicht, dass es hier, äh, weiter ist. So, zack. Nächste Einheit. Nächste Einheit. Ich kann mal wieder B fördern. Mit Kampf. Zack. Nächste Einheit. Ich kann mal auch befördern mit Kampf. Nächste Einheit. Nächste Einheit. Und dann Streitwagen, ne. Kann man auch noch befördern mit Kampf. Dich lassen wir stehen. Produktion automatisch. So, und das haben wir hier erstmal noch umgeblich. Das griechische Heidentum. Was haben wir denn für eine, ähm... Wir haben ja nur das Heidentum. Ja, dann machen wir erstmal hier zum griechischen Heidentum. Und dann machen wir weiter. So, genau. Du bist quasi meine Armee. Deswegen setze ich dich jetzt mal hier hin. Und lass dich aussetzen. Nächste Einheit. Dich können wir befördern. Mit Kräuterkunnen. Ja, na gut. Nächste Einheit. Da gibt es hier nix. Nächste Einheit. Du sollst hier bitte auch aussetzen. Ich soll ja hier die Armee finden, aber... Das ist ja ja nicht so leicht. Ja, wenn ich jetzt hier weiter laufe, dann... Mal hier aussetzen. Mal hier ein bisschen entdeckt. Jetzt können wir vielleicht nach da laufen, damit wir nicht entdeckt werden von den Römern. Ja, beenden. Ja, beenden. Lange ein Mixi heiraten würde. Wir machen. Aber minus... Also Disziplin minus 1 mag ich eigentlich nicht. Ja, tut mir leid. Nur mal... Und jetzt hier zu verstecken. Sehr gut. Hier kann man sich noch losen. Dann... Kann tippern. Beeinflussen. Ja, beenden. Der mächtigen Familie möchte von euch wissen, was ihr von seiner jüngsten Rede über den Blablabla. Genial. Macht Minus. Okay. Dann. Ziggurat können wir nicht. Orakel können wir nicht. Und das Ishtator können wir auch nicht. Dann machen wir mit dem mal hier... Aussetzen. Nächste Einheit. Du machst mal ein auf... Aussetzen. Du machst auch Aussetzen. Du machst auch Aussetzen. Und du entdeckst mal bitte noch mal ein bisschen was. Okay. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall in der Ecke. Und... Dann machen wir hier noch Botschafterrünkshand tippen. Intervenieren. Und dann... Ja, beenden. Ja, aber ein Zordot ist ein Tribu... Nur noch ein wenig länger, bald ist es überstanden. So, dann machen wir wirklich nur Minus. Dann mach ich mal das hier. Ach. Der Zoratismus begründet. Zoratismus hat sich in Sygarus etabliert. Lernen. Oligarch hat um ein Treffen mit euch gebeten. Posten des Stadthalters. Aber da haben wir gute Disziplin. Jetzt machen wir mal. Nur Fahrtfinder... Geschäftstüchtig. So. Jetzt lasst uns gucken. Theater... Da könnten wir auf jeden Fall was bauen. Da brauchen wir nur 70 Steine. Steinheiser... Kannst du hier... Da fehlen uns hier immer noch Steine. Und dann setzt du wieder aus. Und du setzt auch wieder aus. Dich befördern wir nochmal mit... Heilkunden. Du setzt aus. Der Sohn. I love it now. Ach Mist, der Kundschafter wurde endlich. Wurde der Kundschafter entdeckt. Wurde der Kundschafter entdeckt. Dann müssen wir nochmal neu laden. Müssen wir nochmal neu laden. Der Kundschafter wurde leider entdeckt. wenn man das jetzt da vielleicht jetzt nicht entdeckt wird mal wieder hier hoch und dann machen wir jetzt wieder das jahr beenden wurde auch entdeckt ok xx neuladen gut dann lasst uns überlegen wie machen wir müssen da auf jeden fall in den busch rin oder noch mal in die ecke wird sagen wir gehen noch mal in die ecke sein hätten wir vielleicht eine chance uns hier erstmal zu verstecken und dann machen wir hier wieder noch die xxan tippe mit beeinflussen und ja jetzt können wir auf jeden fall weiter wir können hier hatte kann man nicht da kann man nicht da kann man auch nicht dann macht mal jemand aussetzen nächste einheit aussetzen nächste einheit auch aussetzen nächste einheit du machst nur auf wache bleiben ist voll ausgebildet und dich können wir nochmal befördern mit kampf nächste einheit ja jetzt äh lasst es uns probieren hier rüber zu laufen sehr gut so hier warten wir jetzt und dann laufen wir hier hin jetzt können wir hier eine forschung wählen einen kostenlosen streitwagen also da bin ich ja immer interessiert dran an einheiten da machen wir jetzt das ja noch nicht beenden wir machen hier nochmal mit xxan tippe ein bisschen so was geht hier oder nicht geht leider wieder nichts weil wir zu wenig steine haben dann aussetzen nächster einheit du kannst auch nichts machen aussetzen nächste einheit du wartest hier bitte und kann jetzt bestimmt los du setzt nochmal aus und du probierst dich mal hier hinzuschleichen nahe der grenze auf dem wald streng ausgerichtete zelt ein wendeln an der spitze stehen soweit das auch erkennt dass römischer nahe kamen bogen schützen und kann im zentrum des armeelagers ist da die eine beachtliche armee doch keine die ihr nicht besiegen ich werde mich weiter auf polemos gegen rom realisiert sehr gut halleluja so den kann man ja auch einfach stehen lassen würde ich sagen und dann machen wir hier weiter so kohle so kohle ich möchte ja eigentlich immer in die in den zuortismus so und zuortismus und jetzt ja beenden ach ne wir können ja hier auch mal noch unsere unsere ressourcen verwalten m die 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 dann schauen wir mal aus dem zoroartismus ok hier können wir einen bauernhof errichten das machen wir direkt nächste einheit du kannst jetzt nicht vorbei aber hier können wir ein theater bauen das machen wir auch nächste einheit du wartest bitte du wirst behördert mit nächstes einheit du machst wieder warten so und jetzt können wir hier der ist blub blub familie kostet 400 macht uns aber leichter dann machen wir jetzt hier die aber in unsere botschafterin hat ihre mission ein handelsnetzwerk aufzubauen abgeschlossen möchten handel aber die bedingungen sind nicht günstig hier verlieren wir acht dinge und hier verlieren wir 16 ich würde aber tatsächlich sagen mit minus 16 können wir leben erstmal obwohl das 40 jahre lang ist aber minus 8 ist irgendwie schlimmer also ich nehme die minus 16 jetzt hin der general neuen general ja hier wollen wir bitte wirklich einen neuen general dann nehmen wir dich hier auswählen so du machst ihn auf wache bitte streitwagen und hier haben wir einen neuen den machen wir auf kam hier wieder ein kriegselefanten das nehmen war das ist wieder eine einheit du wartest ab sand tippe kann verbessert werden und dann machen wir die weisheit definitiv hoch das finde ich super so und dann hier 400 hier kann ein bauernhof gebaut werden das machen wir auch direkt so und stand tippe ist untätig die konvertieren war in den zuort ist jetzt hier du machst mal bitte aussetzen nächster einheit die fördern kann da eigentlich du wartest bitte wieder sand tippe machst bitte eine handelsmission und dann machen wir jetzt die a b enden 1 blub 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 zu artismus auch hier können wir weisheit und disziplin dann nehme ich aber hier disziplin dann kann man einen bauernhof bauen das machen wir du kannst auch einen bauernhof bauen machen wir auch mit dir du kannst hier mal viel machen und du machst ihn auf wachsam dich befördern war mit kampf du wartest ab und dann kann hier so polis kann man hier wieder was machen machen wir eine intervention und dann machen wir das jahr beenden nach gott griechische eigentum die generalen weiter nächste einheit du machst warten du machst warten so polis machst familie beschenken die hier bitte und das jahr beenden aufzubauen nicht abschließend römer sind nicht mit uns zufrieden und nehmen stattdessen nur ein geschenk von uns an nun gut da dann schenken wir mal den römern zack gold haben wir genug das stört uns jetzt nicht so und wenn die beziehung verbessert sind ich glaube das ist auch nicht so schlecht hier können wir einen bauernhof bauen das machen wir auch die generalin wartet dich befördern warte ich lieber kriegselefant nächste einheit streitwagen du musst abwarten du musst auch abwarten jetzt kann man eine forschung wählen hier kriegen wir zusätzliche güter würden wir wirklich viel güter dazu bekommen wollen wir aber ja nicht wir wollen ja hier das zoroatische kloster sieht eigentlich nicht so schlecht aus weil das bringt auch was das nehmen wir das da dann nehmen wir xantippe wo wir wieder eine handelsmission machen und ja die enden griechische heidentrum wir nehmen denn mal diese griechische heidentrum freunde so das würde 600 kosten das blöd dann bauen wir hier erstmal einen kornspeicher der jünger der jünger warten wir mal ab nächste einheit hier haben wir einen bauarbeiter ja da können wir hier einen kornspeicher bauen nächste einheit du wartest wieder ab du wirst befördert mein kriegselefant mit mit c nächste einheit befördern mit angriff nächste einheit du wartest dann sind wir hier noch dran und den herz hoch beeinflussen zack und nächste runde erbrachte geschenke blub 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 zikora zirratismus ist ein ständig gegen bösen geist haben wir ein glück wir können hier noch ist über zwei mut richtige taten benötigt könig alexander zack da teilt er von syrerlos verbessern da kriegen wir aha aha na nehmen wir jetzt hier Landwirt nehmen wir aussetzen nächste einheit mein arbeiter du kannst hier mal diese mine bauen nächste einheit du kannst hier wieder warten nächste einheit du kannst auch abwarten du bist ausgebildet kannst auf wache nächste einheit du machst wieder aussetzen und der kanzler ist gelangweilt dann nehmen wir den hier zack jetzt beenden so unsere botschafterin abgeschlossen möchten Handel treiben mal bedingungen sind ungünstig so da machen wir wir geben den befehl haben wir zwei weniger züge aber okay als war sei ungeeignet das ist sehr eng geworden doch eng doch im auge die anderen kürzelied ich glaube da machen wir hier nur minus 20 da haben wir nicht so viel äh verlust weil minus 40 minus 40 ist vielleicht ohne so gut so mein jünger was kriegen wir hier kriegen wir hier Arnkult des Zorathismos muss so Arnkult muss ich jetzt hier noch was auswählen ja so dann nächste einheit du wartest bitte du wirst befördert und machst Kräuter gründlich nächste einheit du wartest und jetzt haben wir hier noch Melagros den machen wir Intervention du bist ja Melagros ist ja so und dann machen wir ja wie denn ok wenn die Prozession sie wüten blub 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 die Bilder gehen euch in den Kopf eintrifft dem Königin trotz anderer äh schaust mir auch sehr an die trotzdem näh ... ... wir bleiben bei dem Zorathismus ... 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 B ... ... ... botschafterin xantipp kann interventionen machen auf den oligarchen dann ja beenden ist verstorben rede gewann so du kannst hier mal einen bauernhof und du kannst auf den bauernhof und du kannst warten und der kanzler ist hier dran er kann wieder eine familie beschenken freundlichen sondern da sind wir zufrieden dann haben wir hier wieder ein bisschen geld drin und machen das ja beenden eine neue eine neue botschafterin dann gehen wir die doch so du wartest ab du machst jetzt hier gehen auf wachsam lieber kriegselefant du machst aussetzen mit keiner erinnerung dann gehen wir jetzt hier die gemahlen aus dem gefängnis entlassen machen wir das ja beenden ist verstorben jetzt wo wir sie raus gelassen haben oder was so du machst du kannst aussetzen arbeiter arbeiter du baust mal die normalen wo du kannst warten du kannst warten und jetzt haben wir hier aber nur noch die prinzessin die beeinflussen war mal und dann machen wir das ja beenden so und jetzt haben wir wieder arbeiter bauten noch einen bauernhof nächste einheit du wartest du wartest sowieso und du wartest auch da kriege ich noch einen kamelbogen schützen den nehmen wir auf untätig supolis intervention oligarchen beeinflussen dann blub blub so ja aber im dann weg nächste einheit arbeiter bauten nächste einheit warten Nächste Einheit. Warten. Syrakos. Ich wollte den Syrakos so auswählen. Syrakos. Stadthalter. Achso, ich muss den Stadthalter auswählen. Dann werden wir hier ausgewählt. Dann erstmal Jahr beenden. Dann bau doch mal nochmal einen Bauernhof. Und du baust doch mal hier einen Bauernhof. Und du baust nix. Und du baust nix. Und du wirst befördert mit Kampf. Und du wartest. Oh schon. Nehmen wir eins von denen jetzt her. Münzprion bringt Gold. Ich glaube, da nehme ich das Fallgatter. So. So. Ein tätiges Ratsmitglied. Intervention. Na super rum. Toll. So. Und. Und er. Nix zu tun. Intervention. weiter nachricht geschickt viele nette worte für den kanzler erlaubt um die herrlichkeit ich hätte in griechenland zu vermehren angeboten große leistungen hochsoldaten hofhändler immer ein hof händler willkommen ja sehr große spender war das nächste einheit die nächste einheit baum war hier wieder wir brauchen jetzt mal hier ein bisschen die nächste einheit du wartest du wirst wie du wirst warten und hier machen war der kanzler macht konvertieren oh ja ja beenden naja ich bin ja auch der herrliche bin ja auch herrlich wer bezweifelt denn sowas kann der kann aussetzen der kann aussetzen du kannst die 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 und jetzt enden blub 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 wie wollt ihr diese Beziehung ich bin sicher etwas von den Audit ist gut finde ich eigentlich ganz gut das mache ich auch weiß halt ja Arbeiter komm wir wollen hier den Kornspeicher nächste Einheit warten nächste Einheit warten nächste Einheit der Kamelbogenschützer der kann acht am rein weiter auch hier ne die Räme haben wir jetzt die befördern wir aber und die bleibt hier aber auch einfach nur Deckung intervenieren und das ja beenden Abgeschlagenheit 40 Grad du baust bitte mal brauchen wir den brauchen wir eher die Dinger oder war ja ja dann hier eine Mine bauen nächste Einheit die Decke und das ja nicht beenden wir wollen hier noch der hier intervenieren zack ist verstorben und das vielleicht gegen die leeren stoßen und nach einem Tod verbrannt besuchen du baust du baust bauern 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 obendig dir hier 20 holz gekauft habe nächste Einheit jünger bauern bauern aus nächster Einheit bauern bauern befördert mit Bräuterkundig und wir wählen einen Vorschau, einen Keulenkrieger oder kostenloser Onaga dann nehmen wir jetzt hier einen Keulenkrieger dann nehme ich hier die Händlerin und dann machen wir das Jahr beenden hier kann ich mit Dings bauen da brauchen wir 60 Reus so, nächste Einheit du wartest du wartest du wirst befördert mit Kamm und der Dings macht Familie beschenken und weiter und weiter wir bauen au Steine unbedingt Steine 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 unbedingt nächste Einheit du baust da brauchen wir einen Steine brauchen wir auch immer noch Steine du wartest du wirst befördert als Keulenkrieger du wartest du bist ausgebildet machst aber Wache kostenloses Parfüm ist eine Luxus Ressource müsste das sein ne ja dann nehmen wir das dann kann wir hier wieder ein bisschen den Dings verbessern mal wieder mal nicht mit der Forschung voran aber naja so Oligarche Naudata möchte jetzt intervenieren und zu beenden so du was aussetzen nächste Runde so was baust du was kannst du bauen Nahrung Nahrung Korn Gold oder dann nehmen wir hier die Nahrung nächste Einheit du wartest nächste Einheit du wirst befördert und hier haben wir jetzt markieren jetzt können wir hier die Prinzessin anklicken da geht da geht Nix der Stadtteil dann beeinflussen ja beenden so du wartest du wieder du baust oh ja Steine 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 immer Steine du kannst warten du kannst warten du kannst warten du kannst warten und den Kanzler kann ne Familie geschenken mit die hier und dann machen wir Nächster Einheit du wirst befördert mit Kampf Nächster Einheit du wirst befördert ist auch ein Sägewerk oh ja äußern wir minus Sägewerk unbedingt egal was da andere Bionage Meisterin nehmen wir hier die werte Dame macht nur nur minus 0,2 nehmen wir aber so hin aus und dann machen wir ja beenden und dann machen wir ja beenden ne du kannst ne du kannst hier einen Bauernhof bauen du kannst hier eine weitere äh Steinmine bauen Steinhof du kannst warten du kannst auch warten ein Pionage Netzwerk in Roma für 200 machen wir weiß ich nicht was jetzt passiert ne warte jetzt ein ähm hier kommen wir jetzt Spion zuweilen so haben wir jetzt ein Spion zugewiesen lustig und weiter geht's so einmal eigenes Gefühl das finde ich doch gut zack Lieblings war sein dack spionage forschung forschung damit ein Jahr dauert wird es jetzt mit die Metaphysik definitiv gelernt und untätige spione Erstmal beeinflussen, ja, beendet. Alles gut. Bisher keinerlei war gefängnend, jeder Herrscher sollte großen. Blok, 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 blok. Ich mach mal jetzt. Du setzt aus mit der Einheit, wo kannst du bauen? Hier könnten wir einen Orakel bauen, hier könnten wir eine Feste bauen, hier könnten wir... Also das Orakel würde uns ja nur was bringen und dann nehmen wir jetzt auf das Orakel, zack. Nächste Einheit, du kannst hier auch Steine... Sägewerk, Sägewerk, hier hin, unbedingt, Sägewerk. Nächste Einheit, du wartest, du wirst befördert. Fortung Rien, einja, einja, einja. Dit ist ne Luxus-Ressource, Luxus-Ressource. Kost nur, ooooh, dit ist aber jetzt schwer, ooooh. Äh, ich nehm trotzdem ne Luxus-Ressource. So, hier können wir nämlich auch mal noch Parfüm, wohin jeden. Syrakos, zack. Und hier, Digga, Spione. Attentat. Komm, machen wir. Attentat, Freunde. Habe Ende. Botschafterin, mit Weisheit. So, du kannst bauen. Du kannst wirklich was Gutes bauen, nämlich ein Sägewerk. Nächste Einheit, du kannst warten. Nächste Einheit, du kannst... Warten. Du kannst jetzt wachsam sein. Und jetzt kann man noch Forschung sehen. Die kostet zwei Jahre, dann nehmen wir die auf. Ähm. So, und dann hier unsere Spionen. Ah. Oh. 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 Die Quoten Rache nehmen an Königs Alexander der Herr într. Das bin egal. Ich zieh mich raus, äh, Vasallen, um die enge Beziehung zu stärken, hat Gebeten, Blub. Da macht 40 minus 80, oh, hm. Oh, man kann ja hier nur minus 80 minus 80 plus 40. Ich mach'n Kompromiss schließen. Sieht gut aus, guter Gedanke. Weisheit. Du musst mal aussetzen. Du kannst mal hier Holz. Du wartest bitte. So, nochmal, versuchen. Ähm, und das Jahr, wie, enden. Blub, 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 ja, ich werde mit Tee beliefert, auch sehr gut, machen wir, und jetzt gucken wir mal hier, du wartest. Nächste Einheit. Der Schleuderer. Kein Generalmehrer. Ja, genau. Ja, Forschung, einen kostenlosen Bogenschützen, den nehmen wir mit. Na, wir enden. Na, wir enden. Also, wir enden. Wir enden. acer Macht wieder auf dem Weg. Okay, der Rei will mir das nicht in den Prinzipien übern messen, dann du kannst hier noch eine neue sägewerk bauen du baust bitte auch noch ein sägewerk du machst ihn auf warte du machst ihn auf befördern mit kräuterkunden die nächste Einheit du wartest oh schon und jetzt kriegen wir einen kostenlosen Hopplieben nehmen wir dann haben wir auf jeden Fall den Hopplieben durch wir nehmen jetzt hier wieder Spionen ja B jubeln, als der erste Hopplied aus Griechenland durch das Stadtthoma steht jede Nation hat zwei einzigartige Einheiten in Griechenland einheit Hopplied, Fangelied, Rom, Einheiten H nicht weiter auf Polemus gegen Rom man kennt euch nun da Alexander der Große ihr habt die Ambition erlasst, ein viertes Gesetz baut okay die Griechenland ist aus dem Süden eingetroffen ihr habt eine große Menge Ausbildung erhalten um die Armee fort und gefördert eure Einheiten die Griechenland Kalender übernommen verlegt die ins markierte Gebiet wo ist denn? ah ja boah äh ja ja dein da mal verbessern streit mal nie wie leut sind du wartest mal bitte ab nächste Einheit du baust bitte zack nächste Einheit ein Leiter äh ja schön äh ja wenn wir hier erstmal alle schön befördern mit Anwürfen sein befördern mit Kampf befördern mit Anwürf befördern mit Kampf mit Kräuterpundi mit Fokus anwürf von zu in zu zu in die an von kommst du bist eh nachtlich haben wir ja immer hier hingesetzt und zack ich will ja auch nicht erklären so du kannst aussetzen 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 forschung wählen zusätzlich befehle nein brauchen waren nicht drei jahre drei jahre hier können wir markt hier können wir okay wir nehmen so was ist jetzt hier unsere millionen achten verrat und das jahr beenden ihr habt spionen erfolgreich ermorden lassen niemand hat verdacht geschöpft ermordet von könig alexander neue statthalterin tätig kann ich ja nur die oligarchen hier nehmen dann machen wir weisheit und ich machen wir aussetzen nächste einheit jetzt wo du kannst sägewerk nächste einheit aussetzen aussetzen ja wir haben überall nicht genug armee und zu befördern daher warten wir jetzt hier einfach mal ab und du machst natürlich auch aussetzen 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 und das jahr beenden ja jünger kann jetzt automatisiert rumlatschen dann lassen wir den natürlich auch automatisiert da rumlatschen ein nächster einheit 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 Was ist das? auch schon wählen hier kriegen wir wieder kostenlos sei und hier haben wir noch so und dann machen wir das ja beenden so automatisieren der arbeiter auf geht's jetzt denkt natürlich hier deutlich die arbeitskosten also die nutzkosten die wir immer klicken müssen aber die müssen wir erstmal noch eine weile befördern und das ist natürlich jetzt nicht so schnell aber gut wer kann auch schon damit rechnen dass man die fünf milliarden einheiten sondern machen wir jetzt hier das jahr beenden acht messe zeitgefallen ist nun an zu machen wir das jetzt einfach direkt beeinflussen leute warum kostet das so viel hier noch sieben Dinger 5 1 der Scout wartet ihr Arbeiter und der kann automatisiert rumlaufen und wir machen forschen ach guck mal zierlin hallo ach leertaste ja perfekt dankeschön für den guten tipp äh das hilft entsprechend ich warte mal kurz ich muss mal kurz hier das ist ein bisschen dunkler geworden ich mache kurz licht an bei mir das ist ein super tipp so machst du das wahrscheinlich auch leertaste ist natürlich ein toller tipp ein Traum pötter Fahrzeug johann die kreis nach wöchern vor stars Das könnten wir nehmen und das könnten wir nehmen. Finde ich aber das eigentlich ja nicht so schlecht. Das nehmen wir hier. Und ein Spion. Parat. Ja, immer parat. So, und wenn ich jetzt... Achso, und wenn ich jetzt nochmal Leerzeichen drücke, dann passiert nichts, weil um das Jahr zu beenden, muss ich die 6 drücken. Also das haben sie ja schon... Das haben sie aber echt gut durchdacht, ne? Also das ist schon... Also Civilization ist ja nicht schlecht und ich mag ja auch Civilization total gerne, aber hier sind echt so Quality of Life Sachen drin, die sehr sehr gut sind, ne? Auch wenn das anders ist und komplex ist, aber ist schon nicht so schlecht. Ja, also wirklich, das muss ich positiv erwähnen. So, dann können wir jetzt hier aber hier ein Luxusgut noch, äh, äh, haben wir noch Seide gekriegt. Jedenfalls noch eine Stadt. Der da. Und dann das Jahr beenden. Ich wäre krank. Befördern. So, jetzt haben wir hier keine Erinnerung. Und mit der kann ich nichts machen. Dann nehmen wir mal hier rum. Warum ist mein König Alexander, der Große, eigentlich nicht mehr im Zoratismus? Ja, ja, die können bestimmt auch noch besser als ich zumindestens. So, aber haben wir uns jetzt hier rausgefunden, also du klickst ja bestimmt mal hier unten durch, aber haben wir hier rausgefunden, wo man dann hier sieht, ob hier nicht hier irgendwie was möglich ist zum Anklicken, ohne dass ich hier 5 Milliarden mal durchklicke. So, ratisten. 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 Ja, genau. Das habe ich ja mal gemacht. Oder ist das jetzt... Das war jetzt nur wegen der Mission und deswegen war da nicht mal nichts zu tun. Also wegen dem Tutorial. Und sprich, ich muss jetzt ja nicht alle durchklicken. Hm. So, hier kann ich ja sowieso jetzt gerade nichts graspern. Ne? Ist halt durchgeklickt. Ja, ja, weil hier habe ich ja sonst immer gemacht, auch jetzt gerade die ganze Zeit durchgeklickert, aber ja. So, jetzt sind hier wieder vier Dinger, die klicke ich ja, also die kann ich ja auch Botschafterin, die tätige Kandidaten, auswählen, ich kann nicht eigentlich auch immer alles auswählen, ja, und dann intervenieren. So, das Jahr beenden. Und du nutzt nur dieses Ausrufezeichen oder klickst ansonsten so auch immer durch? Also, einige Spionen, oder? Oh, hier können wir ja auch fördern, Kräuter kommen hier nicht. Oh, okay. Okay. Hier, Maikaba. forschung wählen der tiere wie immer was umsonst gibt und die umsonst gibt und die und die aber kann ja nur noch ewig dauern, dass wir die alle abgegradet haben so 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 Okay. Kostenloser Reiter. Komm, noch ne Einheit. Immer mehr Einheiten. Ja, ja, das ist hier das Einheitentutorial. Genau. Die werden sich alle wünschen, dass ich nie das Einheitentutorial angefangen hätte. So, warte mal. Oh, hier kann man ein Forum. Oh, hier Wasser wieder. Ich glaube, dann erforscht ich mal die Hydraulik. Oh, toll. Noch ne neue Einheit. Und warum? Weil ich wieder eine genommen habe. Ich debatt. Dann eh hier. Können wir Nordmahl gehen. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Was, ein Drache? Schade, Mist. Das hätte ich ja genommen. Die Echse. Eine Echse unbekannten Ursprungs. Mann. Krieg ich ein Drache. Komm, das ist hier. Zack, eindeutig ein Drache. Na, jetzt erkenne ich noch mal. Einheiten. Super. Super. Als ob ich denn nicht hier noch Einheiten hätte. Los, das Jahr, wir enden. Weh neue Einheiten dazu bekommen. Das ist Wahnsinn. So. Ein Händler bringt neue Staffarten. Auch mit Seider. Das ist ja ein Toller-Tool-Tipp. Da sehe ich es auch nicht. Was hilft mir denn jetzt? Was bringt mir denn charmant? Ich war bei der Quest. Weiß es nicht. Was bringt mir charmant? Psyaline? Ja, hier. Charmant. Ich finde dazu auch kein Tool-Tipp. Auch nicht, wenn ich mit Shift drüber drücke. Da steht nur, muss Diplomat gerissen, leutselig, redegewandt oder geistreich sein. Und mit F1 finde ich auch nichts zu charmant. Was ist also charmant? Also ich bin natürlich charmant hier gegenüber, aber das hilft dir ja jetzt nicht. Und das hilft dem Spiel auch nicht. Ah, okay. Okay. So. Ich muss charmant sein, dass ich das machen kann. Ja, okay. Ich verstehe. Das wäre quasi so ein ausgegrautet, wenn ich es nicht hätte. Und jetzt aber nicht. Okay. Ich verstehe. Ja, ja, ja. Dankeschön. Spione. Spione. Parade in Rom. Befördern den Axtkämpfer. Kampfen. Dann würde ich sagen, machen wir das Jahr beenden. Befördern. Heilkundig. Ja, beenden. Ah, hier. Spannung zwischen Heiden. Wir sollten Wachen einsetzen. Hm. Hm. Oh. dann machen wir jetzt wieder ja beenden immer weiter verwoben gesetzereinheiten die vorschreiben aufschreiben der stadthalter nächste einheit einheiten will ich immer nehmen weil einheiten kostenlos die du nicht herstellen kann sich findet mega gut ne also gerade wenn du so ein spieler bist der immer so ein bisschen träge ist in seinen städten einheiten zu bauen wie war ich das offene mann zivilisation nicht nur kostenlose einheit um die zu kriegen geht jetzt aber nicht ja beenden befördern kräuter gründen Das war's für heute. Hier kann ich wieder Botschafter wählen. Ja, wir enden. Ist verstorben. Neue Botschafterin. Ey, ich hab doch grad eine neue Botschafterin gewählt. Ja, 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 ja. Ist mir schon bewusst, dass der Tutorial das will. Ähm. Ich wollte aber meine Einheiten alle erstmal ausbilden. Jetzt ist die Strafe für das Tutorial. Weil sie mir immer neue, ähm. Immer neue Einheiten gibt. So, du wirst ja, das dauert dann ein bisschen, wenn es hier, äh. Mit dem Befördern. Die Frage ist, wer gewinnt. Ich oder der Tutorial? So, jetzt muss ich erst mal eine Forschung auswählen. Einer von denen hier. Ah, finde ich, arbeitet jetzt auch nicht so schlecht. Zack. Ja, beenden. Da war keine Einheit dabei. Hast du das hier sehen? Das hilft wieder. Das hilft wieder, äh, Fortschritte hier zu erreichen. Oh, sag das hier. Nächster Einheit. Kampen. Musik Oh hier Stadthalter muss ich wählen Ich kann aber ja kein Stadthalter wählen, na super Dann Spionagemeister muss ich wählen Spion Spion Spionagemeister 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 siehst du das krieg wieder eine neue einheit ich dachte ich komme drum rum dass ich mal jetzt keine neue krieger ich nehme gelehrten hoffentlich werde ich schlauer da geht nichts so schenken schenken Sohn. Ja, wir enden. Verlocktieren, hab. 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 Da würde man ja einfach nur darin setzen und dann ist wahrscheinlich fertig. Na super. Nächste Einheit. Aber kriegen wir hier einen Hofminister. Ne, ne, mal. Nächste Einheit. Ja, dann wird ja beenden. Der ist, der ist schon 118. Mal sehen, wie alt er wird. Ich glaube, der kann ja nicht sterben im Tutorial, oder? Weitert nicht. Charisma, Mut, Disziplinnehmer. verlocktieren, verlocktieren. nicht brauche, sind noch mehr Einheiten. Und 118 vielleicht nicht, ja. Genau, dann beenden wir mal unseren Zug. Dann dürfen wir nur maximal 200 Runden machen, ne? Also irgendwann muss ich sie darin setzen, sonst habe ich den Salat, ne? Dann habe ich irgendwie vermauschelt. Also, das müssen wir natürlich dann auch irgendwie sagen, dass das dann nicht gut wäre. Ach Gott, nicht töten, kommt noch Komplott, blub, 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 ei, ei, ei. Ich klicke einfach auf OK. Ah, Hofminister. Hofgelehrten nehmen wir auch noch mit. Ey, gut. Immer, immer, immer mehr Leute. Zack, Roma. Konvertieren. Verrat, ein Kehrgang. Und, ähm, ja. Jetzt geht es aber wieder nicht weiter. Hier mit dem, ich habe ja nur 189. Hallo. Äh, ich gehört, ich nicht. Moment. Moment, schon nochmal. So, dann machen wir das Jahr bei hinten. Hallo. Hallo. Na, jetzt möchte ich auch mal rein. Na, du kleiner Schnurz? Na? Wie sieht's aus bei dir? Im Bildenbesten. Ja. Äh, wir können, äh, was machen, oder nicht? Also, ich kann hier natürlich abspeichern. Ja, wir können ruhig was machen. Aber nochmal neu, ich weiß schon nicht mehr, wo wir waren. Na, nochmal, ich jetzt hier speichern als Griechenland Turn 79 Einheiten. Wo ist denn Grut eigentlich hin? Gibt's den noch? Ja. Heute glaube ich nicht, oder? Ich weiß nicht. Thryaline ist unser Berater heute. Ja, sehr gut. So, jetzt sollen wir nie zurückkehren. So, ich muss erstmal hier noch durchstarten. Moment, wie heißt das Spiel hier? Old World. Old World. So, ich werde jetzt aufmachen, oder? Ja, das würde Sinn machen, ja. Oh. Und Lina, Moment. Das würde ja Sinn machen. So. Bla, 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 bla. Und hast du jetzt schon ein bisschen mehr durchschaut? Nee. Ich würde mich da immer noch irgendwie so ein bisschen durch. So, Mist, jetzt habe ich hier den Spielnamen, Engel. Aber da hätte ich hier nochmal so zurück. Na, 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 na. So, der Spielname ist Fuschfusch ohne Passwort. Ja. Ja. Da wollte ich dann eh mal was gucken. Jetzt hier ein neues Spiel anfangen. Und ich auch nicht in einem Tutorial bin. Und ich auch nicht in einem Tutorial bin. Und ich auch nicht in einem Tutorial bin. Und ich komme hier in einem Tutorial bin. Und ich glaube, wir gehen hier in einem Tutorial bin. TAS. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf jeden Fall haben wir gesehen wie man Einheiten sammelt, ne die Eik automatisch kriegt diese Einheiten, da konnte ich ja eine Schläge machen. Da sind irgendwie auf ehemaligen Zug 10 Einheiten gekommen. Dann hieß es greifen sie Rom an oder sowas. Dann riechen sie dir den Guck mal, hier ist der Breni. Mit seiner Fahne. Mit seiner Fahne. Meine Statistiken sehen ja nicht da aus. Minus 4 Nahrung, minus 3 Stein, 0 Holz. Minus 4 Nahrung, minus 3 Stein, 0 Holz. ein bisschen durchgeguckt so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, zack, befördern. Du kannst mal... Mit der können wir mal lieber Bahn angreifen. Um... Du kannst... Du kannst... Du kannst... Oh. Okay, dann erstmal hier den... Den Arbeiter, den Kostenlosen, würde ich sagen. Der ist jetzt nicht so schlecht. Du kannst ja mal... Du kannst ja mal... So, ja, beenden. Und wie war dein Tischtennis? Super. Ja? Ja. Das macht echt richtig Spaß. Hast du wieder mit so einer Trainiermaschine hier spielt? Oder... Ja, auch. Ja. 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 Abonniert. enormous paths. In Sachen certification. Nee. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Können die Grundschafter eigentlich auch angreifen oder sind nur die anderen, die angreifen können? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Kundschafter angreifen können. Kann ich dir wirklich nicht sagen. Das ist natürlich ein bisschen unqualifiziert von mir, ne? Ja, 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 ja. Das ist nicht tolle. Das weiß ich. Ach so, ich krieg's hier noch Gold. Ja, 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 ja. Ah, sich im Wald verstecken können die aber angreifen können sie nicht. Ich hab drei zu hören. Ja, hm. So, nächste Einheit. Dann jetzt Jahre beenden. Hm. Hm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab' aber gut verstreut Ideen. Ja, 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 ja. Ich hab' aber gut verstreut. Das ist so gut. Nächste Einheit. Du kannst mal aussetzen. Nächste Einheit. Ja, ja, ja. Erbenbildung. Ja, ja. 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 Ja, ja. jetzt wieder nur rum wie immer danke ja alles haben wir auf jeden fall erst mal die barbara ich wollte nicht kämpfen aber durch wollte ja direkt den krieg aber ist ja hier der anfangs freudier also ich habe schon drei stämme entdeckt die waren dalen ideen und die nomida ich habe auch die traktor dafür die vandalen noch nicht traktor klaus den traktor klaus träger rega klaus hier bis plus 4 so ein bisschen maune bei ausbildungsrate wenn ich alles haben wenn ich alles krieger sein tolles bauter johann krieger so und dann erforschen wir jetzt was ja dann wollen wir als nächstes hat an der natur inspiriert bildnis geschlichen selbst erlassen sklaverei der tiernehmer die freiheit probleme im haushalt jetzt haben wir hier natürlich nicht hier noch dings ja ich hätte es ja gemacht aber ich habe nicht nur noch kann ich alles er kann nicht alles lösen befördern kann man dich aber mal hat in der gärten nächster du machst mal eben auf mal aussetzen. Ach, wie da einen Nomira entdeckt. Ich weiß, was er mir gesagt hat. So, verfügbare Lehrer unterrichten. Mit der Einheit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stimmt, hier. Brenis Macht ist schwächer, Breni ist primitiv. Steht da. Gute Neuigkeiten. Ermutigen. Einheit. Erf, die Sieg haben. Die Wälder sind in der Lein. Die Wälder sind in der Lein. Ich bin die Wälder der Lein. Erf, die ich hier für heute mache. Sieg hier in der Lein. Sieg hier ein. Ein Speherr. Ein Speherr. Oh, he didn't pop on. Ein Speherr. Da sind Barbaren. Hmm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Jahr beenden. Bist du jetzt noch dran, ja ne? Ja, 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 ja. Okay, ja, weil bei mir so komisch war. Ja, 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 ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und dann machst du dann auch so einen Balken irgendwie voll. Du brauchst 500, damit du aufblühen wirst. Und wenn du vier Stück hast, dann kriegst du halt ein bisschen mehr. Genau, mach die Stadt cooler, genau. Okay, cool, ne? Coole Stadt, coole Sache. Üble Gerüchte Die Geschenke annehmen, aber keine beiden Familien unterstützen, finde ich gut. Ja, keine Lust. Ah, minus 20 bei beiden, naja. Ah, und Siegpunkte, da gibt es auch normalerweise. War das mit Siegpunkte? Ja, wenn man hier nicht auf Vernichtungssieg spielt, gibt es dann auch Siegpunkte. Hm, naja, aber das Taktiker deaktiviert und umgekehrt Siegpunkte. Naja, ne, ein Thema nur. Krieger... 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 Das war's für heute. Hat Dirk diesmal wieder alle seine Pferde? Ja, das ist wirklich die größte Frage, ob Dirk alle seine Pferde hat. Ja, ja, ich hab gute Pferde. Ja, ich hab gute Pferde. Dirk hat alle seine Pferde beisammen. Ja, ich hab gute Pferde. Oh, die Ambition ihrer Familie. Ja, ich hab gute Pferde. Ja, ich hab gute Pferde. Ja, ich hab gute Pferde. Ach, Pyramiden baut der Werte her. Ja. Na, muss ich auch sehen wollte, oder? Ja, ja. Na ja, Pluppe ist im Ampfer starben. Ja, lass uns sehen. Dann hast du es vergessen. Ja, ich hab Based-un. Tja, viel weitergerufen. Tja, viel weitergerufen. Da ist das Paleis. Tja, viel weitergerufen. Tja, viel weitergerufen. Gibt es da nicht eigentlich auch so was wie ein Sieg? Siegewerk oder so was, will ich dann Holz mal mitbekommen? Ja, ja, da kriegst du auch noch alles mit. Siegewerk gibt auf jeden Fall, kannst du irgendwie erforschen. Forst nur Siegewerk. Ich sehe es, ja. Ja, genau. Kartago ist schwächer, Kartago ist primitiv. Das klingt nicht so gut für dich. Die Worker können auch einfach Wälder abholzen. Ja stimmt, das geht auch hin, dass deine Arbeiter Wälder abholzen können. Aber dann kommt da halt nichts nach. Ja doch, wenn du nur Wälder fällst, dann kann das wieder nachwachsen. Aber du kannst dann nochmal fällen und den roden, dann kriegst du halt nochmal 20 Holz. Und dann wächst es aber auch nicht mehr nach. Ja, das ist ja Mu. Das ist dann Mu Mu. Du bist du. Du bist du. Nr. Du bist du. Du bist du. Ach, da bist du. Ja, Naik, hab dich wahrscheinlich damit auch entdeckt, wo du irgendwelche Dinger gebaut hast, hier Pyramiden oder so. Vielen Dank. Wir haben Bildung. Wir haben Bildung. Verstehung. 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 Ich bin aber so schnell wie du da bist, bin ich leider nicht, oder? du bist ja auch Königin Guido ich bin ja super dodo ich bin besonders gut mit Null Holz o Puff oh Ich bin ein Schumacher. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 So. Mit O. Oh ja. glück gehabt dieses bonusoption konnte ich auswählen und die war die sinnvollste ich bin gleich bei der barbahn angekommen irgendwann mal entdeckt haben der krieger ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, Erbenbildung. Wow, Erbenbildung. Wow, Erbenbildung. Bloß mit Ja beenden, das war ja nicht so günstig. Lundner. 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 noch Zugpunkte. Du schießt mal wieder in. Du wirst verfördert mit Amt. Und dann machen wir jetzt das Jahr beenden. Bloß beenden dieses Jahr. Und dann machen wir das Jahr. Das war's. Oh, oh, oh. Aber wir haben einen Nix da Einheit. Sogo, wie vergrößere ich denn meine Städte? Die vergrößern die Zonen? Ja, dass die Felder mehr werden, da drumherum. Ich glaube, du kannst mit einem Arbeiter oder mit irgendwas, kannst du dann an der Seite irgendwie irgendwas kaufen, wenn die nicht beschäftigt sind. Und mit irgendeiner, vielleicht auch mit einer Militäreinheit, irgendwas Grenzfelder kaufen, war ja zwar irgendwie. Hab das aber auch noch nicht gemacht. Was sagt denn Zyralin dazu? Das ist cool. Das ist cool. Du kannst entweder Spezialisten einsetzen, die vergrößern den Radius um die jeweiligen Improvements oder Urbahnen. Also Städtesachen, die Baracken und Weiler geben auch Radius. Oder mit Schreien. Ist euer Ende naher Zeit, einige Dinge in Ordnung zu bringen. Oder sowas hier, durch Grenzverbesserung. Sechs Grenzfelder für alle Städte. Na sowas gibt es auch so eine Karte. Ja, ok. Ja, ok. Ja, ok. Oh, das ist noch ein paar. Hm. Der Siegler. ja es gibt auch eine forschung genau oder die landeigentümerfamilie kann glaube ich auch das land kaufen und es gibt ein gesetz dass das auch ermöglicht gibt also viele nun hat noch ein paar mehr wege dann quasi so 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 richten man den arbeitern auch sagen dass sie automatisch ausbauen sollen wenn das erforscht hast ja dafür musst du münzprägung erforschen ok jetzt gehst du daran oder wo ich das hier gerade angreifen was denn dem barbarn die barbarn sind bei mir in der gegend die sind genau über mir aber ich bekämpfe die schon die ganze zeit und ungefähr zehn felder von meiner stadt entfernen ich bekämpfe die hier gerade schon die ganze zeit razzio ja ich weiß du hast da schon so einen anderen schlopf wieder angegriffen habe ich schon mit den körperchen ich mag den trotzdem noch ich mag den trotzdem noch mach nur ruhig weg ich ja ich glaube wir müssen dann noch langsam mal abspeichern aber das ist eine gute runde die können wir morgen noch mal weitermachen wenn du dich noch daran erinnerst was du machst oder was ja so ungefähr kriegen wir jetzt schon hin wollen wir dann jetzt abspeichern ich habe gerade alle fertig geklickt also wir können nicht speichern oder dann drücken wir noch auf der beendenbeehner hoch und dann speichern gemacht um eine karawanenmissierung gesehen 308 ist bei 1200 und so gut ich speichere direkt ab ja ja ich mache auch noch nicht überschreiben ich überschreiben haltet ja ja wohl all right dann war es das alles klar dann gute dann kurz nicht mehr bis morgen bis morgen so ihr lieben zu ihr lieben dann wartet auch für mich ist auch schon wieder spät genug ich bedanke mich fürs dabei sein für die hilfreichen tipps für die hinweise was man irgendwie so machen kann hilft immer sehr und dann sehen wir uns morgen sehr wahrscheinlich wieder entweder mit dem brainy oder ohne brainy wenn wir ohne brainy sind machen wir da unsere tutorialmission weiter mit den einheiten ansonsten hier ja und dann würde ich sagen sehen wir uns falls noch kein follow da lassen liebe leute bitte follow da lassen oder gerne würde mich entsprechend unterstützen ansonsten auch gerne auf meinem youtube kanal like und abo da lassen und ja dann sehen wir uns bis denn dann ja danke zu jalin damit geht man gerne dann offline damit haben wir dann wieder noch ein follower mehr was uns entsprechend wirklich unterstützt also damit bis morgen